So, und jetzt werden wir uns alle wieder ein bisschen ausrasten. Und es gibt der Musi, vom Wolfi und vom Ali. Ali, ich gehört habe, du heute nix spielen Musik aus deiner Heimat. Du heute auch nix spielen Musik aus Bavaria. Ali, was du spielen heute? Wir spielen heute eine rumänische Volksweise. Ah, du spielen rumänisch. Ja, also ein Lied und Tanz aus Rumänien. Wir haben es aber anders genannt. Also bei uns heißt das ein bisschen Transylvania Express. Das ist ein bisschen moderner. Ich verstehe ihn, ja. Ich gehört habe, du spielen gut Santuri. Ja, du meinst das Hackbrett. Bei uns sagt man Hackbrett. Hackbrett, ich verstehe ihn. Ich verstehe ihn. Alle, woher du kommst, wo du geboren? Ich, im Schwabinger Krankenhaus. München. Kennst du München? Ja, ich verstehe ihn. Du schon, ich verstehe ihn. Also ich, ich, München. Ja, also bin ich geboren. Du, du sprichst gut Deutsch. Ja, ich schon. Ich bin in München. Viel Spaß. Ja, ich bin in München. Musik 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 Musik